Hallo und willkommen zurück zum großartigen Igel. Ähm, ich, äh, achso, falls sich jemand wundert, wegen diesem schwarzen Balken an der rechten Seite. Ich hab keine Ahnung, den hab ich die ganze Zeit schon, den hatte ich auch bei, äh, Alex Kitt und der gehört in den Emulator. Äh, vielleicht sieht man ihn auch gar nicht durchs YouTube und weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe einen ganz kleinen schwarzen Balken an der rechten Seite. Äh, den nehm ich jetzt natürlich auch immer mit auf, was heißt, er frisst mir Speicherplatz auf der Festplatte weg. Hallo schwarzer Balken, danke, dass du für mich da bist. Aber mein Gott. Oh, Schnecken! Na, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, ja, das Video war acht Minuten lang, gut. Äh, jetzt bin ich bei sechs Minuten, also ich guck immer nur auf die, ne, acht Minuten, okay. Äh, 38, 22.38 Uhr ist das. Also ich habe heute noch viel Zeit und ich werde dieses Spiel heute auch noch durchspielen. Und vielleicht noch eins, ich weiß es nicht, ich hab frei, ich hab Urlaub, eine Woche, ich wisst es. Wenn ihr die anderen Videos geguckt habt. Wenn nicht, dann nicht, aber ich sag's euch jetzt nochmal, ich hab mein Studium beendet. Wieso soll ich es nicht hundertmal erwähnen? Es ist geil! Ich habe eine Woche frei Urlaub und danach arbeite ich wieder. Und dann kriege ich auch endlich das Geld, was mir hinzusteht dafür. Schön. Runde drei. Oh, da kommt ja schon wieder ein Boss. Wir sind ja hier nur am Bossfight machen. Okay, jetzt wollen wir uns aber nicht zu früh freuen. Jetzt kommt erstmal wieder eine Höhlenrunde. Und ich glaube, diese Höhlenrunde scheint mir so, als würde sie mich ärgern wollen. Ah, okay. Okay, damit überfliege ich wieder den ersten Teil dieser Runde. Ja, und dann sammeln wir wieder Herzchen an. Vielleicht muss ich alle Herzchen sammeln. Probieren wir es mal. Ein Herzchen. Zwei Herzchen. Drei Herzchen. Vier, fünf Herzchen. Sechs, sieben Herzchen. Acht Herzchen. Neun Herzchen. Zehn Herzchen. Elf Herzchen. Zwölf, dreizehn. Nicht wegfliegen. Vierzehn. Fünfzehn. Okay, ich habe es versaut. Sechzehn. Siebzehn, achtzehn Herzchen wären es gewesen. Fliegen wir mal so runter. Ja. Schade, 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 schade. Ich weiß nicht, was mir die Herzchen bringen, aber ich habe die Herzchen gesammelt. Herzchen, 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 Herzchen. Weil wir sind ja lieb. Und liebe Leute sammeln Herzchen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ich werfe Hammer. Ich werfe Schwere, Große, Hammer. Wo er die alle hinträgt in seiner kleinen Hose da, oder was? Und ich bin tot. Nein. Bin ich nicht. Aha, okay. Na, wieder so ein Spaß. Na, toll. Und springen. Oh nein. Oh nein. Und doch. Und man sieht die wieder so schlecht. Ach, Gottchen, nein. Okay. 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 Na, das ging doch. Vier. Das heißt, jetzt wird es leichter, wenn ich Glück habe. Nein, wird es nicht. Da kommt erstmal wieder eine rollende Bolette rum da. Bolettenknödel. Feuer. Nein. Na. Ja. Der fällt. Aha. Die sind ein bisschen heller auch wieder. Orangenteile. Ha. Und exit, exit. Goal, 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 goal. Goal and ghost. Nein. Nein, nein, nein. Das spiele ich nicht. Ha. Nix. Niemals. Dieses Spiel ist völlig bekrankt. Kennt ihr das einer? Ghouls and ghost. Super ghoul and ghost. Keine Ahnung. Nein. Völlig überfrachtet mit Zeug. Vielleicht. Naja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht, wenn ich wirklich denke, ich bin dazu geboren, krank zu sein. Okay. Vielleicht jetzt der letzte Endboss. Wenn ich Glück habe. Oh ja. Also hier war ich wirklich definitiv noch niemals in meinem Leben. Kann ich. Bringt mir das was, wenn ich hier oben langfahre? Ja. Dass ich runterfalle wieder. Ja. Ja, so läuft das. Die verschwinden da oben einfach. Hier hat man sich über eine Physik-Engine noch keine Gedanken gemacht. Ja. Hässliche, dreckige Spinnen mit Binemaya-Muster werden von mir ausgemustert. Ja, äh. Ich schaffe den Boss auch noch in der Zeit. Ich habe noch erst vier Minuten verbraucht. Super. Gut. Na. Ja. Und er wird erst... Ein Brief. Ein Liebesbrief. Ich habe einen Liebesbrief erhalten. Ach, wie schön. Ich mag Frauen. Ich mag Liebesbriefe. Und sie dürfen nicht von 13-jährigen kleinen Mädchen kommen. Weil die schreiben nur Scheiß. Nein, 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 nein. So, ähm. Das müssen natürlich erotische Liebesbriefe sein. In denen ich mich schon seelisch und moralisch drauf vorbereiten darf. Was mich denn erwartet? Um danach dann maßlos enttäuscht zu sein. Dass das alles nur mal Scheiße war, um mich rumzukriegen. Dann bin ich froh. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Na, haben wir ihn. Und noch ein Liebesbriefchen. Also, dann... Kommt jetzt nur noch der Endpost, oder? Ich kriege es nicht mehr. Okay. Okay. Also, wir müssen uns auf ein Schießmuster befassen, man. Weil die konnten bisher immer mehr ab als vorher. Also, ich denke mal, das wird noch mal einen in den Wolken geben. Vielleicht auch zwei in den Wolken. Okay. 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 Okay, er bleibt weiter vorne stehen. Nein. Ah, okay. Okay. Nein. Nein. Okay, ist tot. Ah. Geil. Geil. Genialisch. Boah. Ein roter Elefant. Okay. Endpost roter Elefant. Könnte das sein? Sieben Welten hört sich komisch an. Ich weiß nicht. Sieben Welten überzeugt mich nicht. Das ist so... Nein. Welches Spiel hat sieben Welten? Hm? Ich weiß nicht. Sieben Welten. Das klingt so unfertig. Hm-mm. Da kommt noch was. Da kommt bestimmt noch was. Area 7, Round 1. Ach, und natürlich geht's von der Wasserwelt los. Ja, ich hab vorhin gesagt, ich... Ach, egal. Es kommen ja immer die gleichen Welten. Ich hätte mal gern wieder so... ...ne Wüste oder sowas. Da kam nur eine Welt von. Aber das war anscheinend sowieso so eine spezielle Welt. Bäm. Die absolute Loser-Melodie. Also echt... Bäm. Wenn mal jemand sagen möchte, du hast verloren. Dann mit dieser Melodie, finde ich. Also doch eine wundervolle. Eine richtig schöne, eingängige... Haha, du bist ein Riesen-Idiot. Melodie. Okay. Nein. So nicht. Aber so. Und vielleicht auch so. Und vielleicht auch wieder so. Okay. Zwei. Okay, das... Das geht. Also, Schwierigkeitsgrad steigt manchmal stellenweise an. Was ich gut finde. Ich finde, wenn man jemanden dann nur noch mit... ...Höchstschwierigkeiten... ...ääh... ...konfrontiert. Konfrontiert. Konfrontiert. Dann. Masturbiert. Dann. Äh, äh, äh... Demotiviert das. I wanna be the guy. Ähm. Niemals. Spiele ich dieses Spiel? Äh. Oder vielleicht lasse ich mich doch mal irgendwann überreden. Aber nein, jetzt nicht. Äh. Äh, ich habe andere Dinge zu tun. Ähm. Ich habe ihm überlegt. Äh. So kann ich ihn auch besiegen. Ist das nur ein ganz normaler Pissgegner oder was? Der ist doch irgendwie anders als alle anderen. Ah, okay. Man kann drauf. Also immer durchlaufen. Okay. Kommt das Ding zurück? Ich weiß es nicht. Nein, kommt es nicht. Seht ihr? Ich hätte mich angeschissen. Okay. Vier. Das sieht doch schon mal gut aus. Vier sollte zu machen sein. Okay. Ich habe schon gedacht, er geht durch. Er geht auch nicht durch. Die Wolken, die fallen, sind nicht unbedingt immer zu... Doch, sie sind etwas heller. Die bewegten. Ah. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Jetzt weiß ich es. Bei den Steinen fällt es mehr auf. Hier ist es so ganz leicht nur zu sehen. Ja. Okay. Ein... Achso. Oh Gott. Mein Essen ist leer. Äh. Mein Essen ist leer. Ich muss fertig werden. Oh, da ist es schon. Okay. Ja, ja, ja. Ich habe gewonnen. Ich weiß es. Ich bin ein Held. Ich bin ein Mana-Held. Mana, Mana. Okay. Schön. Schön, 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 schön. Okay. Ähm. Ja. Auch wenn ich noch eine Minute oder so Zeit habe. Ich mache jetzt mal einen Cut. Bis gleich. Ich war's.